Musik Mit über 500 Mitarbeitern an vier Standorten in Deutschland sind wir ein großer Teil der Mark Group. Wir bieten integrierte Lösungen für den gesamten Lebenszyklus von Kunststoffen. Wir unterstützen die Rohmaterialhersteller genauso wie die Kompondöre und die Hersteller verschiedenster Kunststoffprodukte mit Systemen, die speziell auf ihre Bedürfnisse ausgelegt sind. Um möglichst viel Kunststoff im Kreislauf zu halten, sorgen unsere Lösungen dafür, dass Plastikmüll wieder in qualitativ hochwertige Produkte eingebracht werden kann. Die Mark Group gliedert sich in vier Kompetenzbereiche. Pump and Filtration Systems, Palletizing and Pulverizing Systems, Recycling Systems und Digitalization. Mark Germany ist in allen vier Bereichen maßgeblich an der Entwicklung und Fertigung innovativer Komponenten und Systeme beteiligt. Unsere große Stärke ist es, den Kunden zu verstehen, ihn zu beraten und gemeinsam mit ihm beste Lösungen zu finden. Wir sind stolz auf unsere hohe Fertigungstiefe. Wir fertigen die Kernkomponenten unserer Produkte nach deutschen Qualitätsstandards. Bereits vorhandenes Equipment binden unsere Experten in ein modernes Steuerungssystem ein. Unser Slogan Next Level Solutions ist nicht nur ein Slogan, sondern ein Versprechen an unsere Kunden. Unsere hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringen ihr Fachwissen und ihre Erfahrung in jedes Projekt ein. Unsere Kunden profitieren von einer unabhängigen Beratung, die auf unserem Prozess- und Anwendungs-Know-how basiert. Unser globaler Footprint kommt nicht von ungefähr. Wir sind da, wo unsere Kunden sind. So garantieren wir lokalen Service und schnelle Verfügbarkeit von Ersatzteilen. Wir entwickeln uns weiter, indem wir den Status-Grobe-Werte-Technologien regelmäßig in Frage stellen. Dazu verlassen wir immer wieder unsere Komfortzone. Durch zertifizierte Qualitätsstandards geben wir unseren Kunden die Gewissheit, die bewörtlichen Anforderungen zu erfüllen. Als Teil der Mark Group und unserem Mutterkonzern Dover Corporation sind wir ein verlässlicher und nachhaltiger Partner, der in die Zukunft und damit den Erfolg seiner Kunden investiert. Rund ein Drittel der weltweiten Kunststoffproduktion und Weiterverarbeitung erfolgt auf Systemen der Mark Group. Sie halten also mit großer Wahrscheinlichkeit jeden Tag etwas in der Hand, was auf unserem Equipment gefertigt wurde. Rund ein Drittel der Mark Group. Vielen Dank.